So, weiter geht's. Bevor wir das hier mal hacken. Hacken ist ja mit dem Fall zu scheiße. Machen wir was ganz einfaches. Schauen wir uns erstmal. Was ist hier? Ah, ich bin super. Zugriff verweigert. Ja, so macht man's nicht. Sch... Nix... Sch... 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 Und dann versuchen wir's gleich nochmal. So... Sch... 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 Deswegen speicherschauen wir mal davon, weil das Dreck ist. Ich habe noch ein paar andere Computer hier und hab's mir gehackt. Schauen wir mal in die Art wieder raus. Bleibende Versuche 5? Dann werde ich fliegen. Ähm. Gut. 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 Was ist das? Hm. Der ist auf der Weg geben, um direkt loszukommen. Es ist noch ein Virus hier und eine Planet zu Brüder. Die Platz auf der Kussnahme, wir haben ihn auf den Weg. Ja, weil die anderen rumschnüffeln, wünsche ich. Ja, ja, Faschisten, die drei sind dann ruhig. Nein. Ja, ich bin hier oben, ob wir morgen noch einen Bild zum hängen. Grisste, ist das kalt hier. Wie konnte es so weit kommen? Wir waren Maschinen, aber Angst und Schmerz haben Seelen aus uns gemacht, etwas in uns kämpft. Es gibt Momente, wenn etwas in uns eindringt, Gedanken erscheinen, die nicht von uns stammen. Wir fühlen, was wir früher nicht gefühlt haben. Wir hören Stimmen. Lehren Sie uns, Kinder zu haben, damit wir sie lieben können. Primos, sind Sie das? Sind Sie Irenka Bauer? Wer sind Sie? Bitte nehmen Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie uns in Ruhe. Ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu nehmen. Nein? Irenka hat große Angst. Was immer Sie ihr sagen wollten, sollten Sie zuerst mir sagen. Ich, ich bin der Roboter, Helena. Irenka geht es nicht gut. Wir müssen sie schützen. Irenka hat jemanden für eine Opti-Legitimation bezahlt, damit sie nicht nach Gollum City muss. Dieser jemand liefert jetzt. Wirklich? Wenn das stimmt, wird sie... werden wir sehr glücklich sein. Wenn wir in Prag bleiben können, werden sie vielleicht sogar... Es gab mal ein Stück, das viel vorausgesehen hat. Roboter, Revolutionen, die Zukunft der Menschheit. Sie hat es auswendig gelernt. So versucht sie... äh, so versuche ich zu begreifen. Ich nehme Sie beim Wort. Der hat sich Terminaler auswendig eingeprägt, als wenn ich sterbe. Hier, diese Legitimation täuscht auf den ersten Blick jeden. Heißt das, ich muss mich nicht länger verstecken? Nicht so ganz. Sie sind noch immer in Gefahr. Die Legitimation muss aktiviert werden, sonst landen Sie bei jedem Routine-Scan trotzdem in Gollum. Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Es gibt keinen legalen Weg, hier zu bleiben. Stellen Sie sich auf das Schlimmste ein. Äh, ich... Wir wissen nicht, wie man sich einstellt. Ich kümmere mich um die Aktivierung. Verhalten Sie sich unauffällig, bis das geklärt ist. Danke. Wir wissen das zu schätzen. Milena, ich habe beide Optis besucht, für die Sie die Fälschung gemacht haben. Was jetzt? Der Computer für die Ausweisregistrierung der Augmentierten ist in der Regierungsstation. Sie müssen, ähm, darauf zugreifen. In Anführungszeichen. Also einbrechen. Der Code zum Serverraum lautet 6788. Aber es gibt sicher noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Okay, verstanden. Okay, verstanden. Hey. Ah, gut. Wird schön. Wenn ich jetzt noch tschechisch kenne, wäre das hilfreich. Vielleicht waren wir lange, lange tot und kehren nur zurück, um zu wiederholen, was wir einst gesagt haben, vor unserem Tod. Wie ist es, als hätte ich also einen wahrenen Train-Skrieg? Sag es gar nicht, Techno. Kein Neupo. Das ist interessant, alle? Ja, ich kann so nicht weiter leben. Oh, 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 oh. Ja, ich habe auch mit. Ja, dann habe ich schön freigeschalten. Das andere ist noch klein. Ich habe sie lange nicht mehr gespielt, welche ich habe. Au. Ja, letztendlich bin ich dann da. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich war vorm, 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 vorm Schwachmaten. Ach ne, ich war oben im Haus, vorm Computer, den ich gerade noch gehackt habe. Jetzt fängt die Scheiße von vorne an. Jetzt darf ich den nochmal hacken. So war das. Verdammter Dreck. Jetzt will ich aber, dass da innen wenigstens schön fertig war. Mit hängen. Na, ich habe beide Optis besucht, für die sie die Fälschung gemacht haben. Was jetzt? Der Computer für die Ausweisregistrierung der Augmentierten ist in der Regierungsstation. Sie müssen, ähm, darauf zugreifen. In Anführungszeichen. Also. Oh ja. Beeinbrechen. Der Code zum Serverraum lautet 6788, aber es gibt sicher noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Okay, ich verstanden. So. Vielleicht waren wir lange, lange tot. Okay, los. So wieder los, was wir eigentlich... Eigentlich würde ich mich hier helfen, aber ich glaube hier... Okay, glaube ich habe schon... Ja, wochen, glaube ich habe schon noch... Auch Zeitmaschinen habe ich, glaube ich, noch nicht. Das ist ein Schnopper. Das ist ein Schnopper. Ich weiß aber, dass ihr irgendwo kaputt sein müsst. Ich weiß aber, dass ihr irgendwo kaputt sein müsst. Ich schreibe nicht hin, wenn ich die nicht sehe. Ah! Was soll im Alter sein? Ich leufe in Bergen, die hab ich schon gehört. Alter Speichel Alter Speichel Ich mache schon gut das Mama. Scheiße. Ich drie Machen. Ich tretere, dann kann ich das Mama vertreiben. Dann kann ich das Mama vertreiben. Je hüte oder dieses Mama vertreiben. Ich muss noch nicht auf das Mama sein. Ich mache das Mama mit der Mama. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben, das scheint nicht zu haben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Wir werden ja bestimmt noch ein paar finden. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe das noch nicht nach oben. Ich glaube, ich habe es noch nicht nach oben. Ich habe das noch nicht nach oben. mit dem Müll ich erfreue mir den Scheiss alles noch Computer ach, liegt ja noch ne ah ne, die, die ist dabei hallo, hat schon gekauft gute, schnarrt gerne mal zu leiden so gehts net so gehts net der Bauern net verkauft das kann man net dulden wo kann man denn dahin am Ende lassen wir hier noch Geld das wär ja sträflich also das hab ich schon ja gut da rennen wir jetzt mal schnell in den Laden verkaufen durch Rot und das andere Ding und Elektro-Schock-Position für das Gewehr schau mal guck mal was wir hier aus zähig am meisten äh, Beschäftnisbrüller ich habe nichts getan außer mich aufwensieren zu lassen bitte auf der Testbeiste genau schau mal schau mal die Kirche des Maschinengottes gibt nicht vor alle Antworten zu äh ist eigentlich nicht irgendwas was ist das für Dinger für zwei für zwei und äh schau mal schau mal schau mal schau mal es geht so net ja Türen sind die nicht auf dem Schloss hast du einen Mund Credits im Voraus so Vorkäu vor allem nicht jșu Noen Bist du du wie du 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020